Hallo liebe Gadget Freunde ich bin der Mike von GadgetWelt.de und heute testen wir den CapZapper. Der CapZapper ist ein Flaschenöffner, aber nicht irgendein Flaschenöffner. Nachdem die Flasche offen ist, könnt ihr mit die Kronkorken schießen. Dazu spannt ihr das Ding einmal, öffnet die Flasche und dann drückt ihr hier aufs Knöpfchen und der Kronkorken macht einen Abgang. Beim Ernst, das braucht kein Mensch. Ein richtig kaltes Gadget und ihr findet es auf GadgetWelt.de immer zum besten Preis. Ich bedanke mich, tschüss.